Willkommen zu diesem Video. Heute geht es wieder mit der 795. Folge von Dragons Ausstieg vom Berg. Ganz knapp vor den 800. Und sagen wir es einmal ein. Wir bekommen ein bisschen Season-Währung schon, das ist ganz gut. Holzfisch, das ist auch ganz gut. Und Odinsmang sind auch wieder dabei. Gut, die bringen uns jetzt nicht übermäßig viel, weil wir zur Zeit sowieso, ähm, was das angeht, wenig haben mit 113. Das ist einfach wenig. Wir könnten den Brunnen Tod kaufen für 95 Euro. Let's go, das schlagen wir doch nicht zu, weil brauchen wir nicht. Wir haben nämlich einen ganz anderen Plan. Ein viel schlauerer, und zwar, dass wir uns den Kollegen ranholen durch die Sammlung. Und da sind wir jetzt gar nicht mehr so weit entfernt, deswegen kannst du erstmal wieder los. Suchst hier weiterhin das Teil, gratis. So, dann können wir hier nochmal gucken. Äh, ja, nehmen wir das mit. Tagschatten ist auch wieder da, kann auch wieder los. Wir schicken erstmal alle los. Und dann schauen wir uns mal an, wie das so allgemein hier ein bisschen aussieht. So, neu senden, gratis. Los geht's. Und dann können wir den Kollegen losschicken. Und zwar einmal zum Fisch, dann du gehst zum Fisch, du gehst zum Fisch, du gehst zum Fisch. Und dann können wir die Eisensammler auch wieder losschicken, soweit erstmal. So, hier haben wir nochmal Holzsammler. Dann müssen wir erstmal kurz nochmal hier ein bisschen Holz einsammeln, damit wir den auch zum Eisen schicken können. So, gut. Hier kriegen wir zu viel ins Lager. Das heißt, wir können erstmal die Kollegen wieder losschicken, damit es nicht zu viel mit einem Schlag ist. Wir haben ja bestimmt wieder jemanden, den wir füttern können. Und da können wir das ja dann durchziehen. Da geht das ja dann auf jeden Fall auch. So, ähm, genau. Dann, wo haben wir denn jemanden, den wir füttern müssen? Den hat man fertig gefüttert. Hier hat man durch. Genau, du warst schon für Maximale von uns. Du wolltest einmal gefüttert werden, kannst dann 10 Stunden ins Training. Du willst ins Training. Hier, Beelze-Wans will gefüttert werden. Ja, wir haben auf jeden Fall genug hier. Jetzt können wir erstmal Gotis-Drachen füttern. So, dann kannst du los. Dann können wir hier erstmal wegen Beelze-Wans schauen. So, und dann können wir hier alles einsammeln. Und dann kriegen wir Beelze-Wans auch gleich aufs nächste Level. So, wunderbar. Geht auch wieder ins Training. Dann können wir hier am Glückser drehen. Und du wirst Titan. Wunderbar. Gut, müssen wir mal gucken, ob wir da überhaupt was mit anfangen können. Weil kann sein, dass wir den jetzt gar nicht losschicken können. Genau, weil es einfach viel zu viel Fisch kostet. Ähm, hier können wir auch mal gucken. Vielleicht wirst du ja auch kleiner mit Titan. Das wäre ja ganz cool. Natürlich! Heute wären auf jeden Fall alle Titanen. Ey, sehr schön. Haben wir gleich noch einen neuen Titan. Da sind wir ja auch gut dabei hier, finde ich. So, brutaler Herzschwärmer ist wieder ein nächster. Und dann haben wir den Kollegen noch Schleimball. Da können wir auch wieder füttern, weil Schleimball ist der nächste Level 124 von uns. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass Schleimball schon so hoch ist jetzt mittlerweile. Aber gut, scheint ja so zu sein. Ähm, das hat man, das hat man. Runen gibt es jetzt noch nicht. Dann können wir erstmal hier zu Erit gehen. Erit kann einmal wieder los. So, hallo. Jetzt? Nee, kann er nicht. Dann müssen wir erstmal unsere Legendären losschicken. Und allgemein gucken, ob wir irgendwo noch genug Zeug rankriegen, dass er dann wieder los kann. Einmal sammeln und los. Dann hier Kotz und Würg. Du kannst wieder los, wenn wir dich treffen. So. Wunderbar. Und dann können wir einmal am Glücksart drehen. Und wir bekommen... Bernstein. Naja, gut. Ob wir das jetzt so brauchen, ist die Antwortfrage. Aber ist schon mal Bernstein. Einmal einsammeln. Gehst du wieder los. Let's go. Und dann haben wir den grünen Tod losgeschickt schon. Immer Flügler. Nee, hier. Brüllender Tod. Da sind wir dabei gerade. Also den müssen wir gleich mal hochziehen demnächst. Dass wir den auch wirklich mal bekommen jetzt endlich. Aber das steht ja, wie schon gesagt, ist jetzt zur Zeit der neue Hauptplan erstmal. So. Jetzt haben wir immer noch nicht genug Bernstein. Na gut, dann müssen wir mal gucken. Da wird das vielleicht erst noch mit einem Video. Öffnen wir erstmal die beiden Gratispakete. Wir starten hier mit Gratispaket Nummer 1 rein. Und wir bekommen... Ein bisschen Fisch, ein bisschen Runen, ein bisschen Holz. Joa, ganz in Ordnung. Öffnen wir das zweite. Let's go. Naja, gut. Da gibt es heute leider doch kein zweites. Schade, weil dieses Spiel erst viermal jetzt abgeschmiert ist. Weißt du, es schmiert halt auch nicht vor der Werbung ab. Es schmiert immer erst nach der Werbung ab. So, dass ich immer diese Werbungen gucken darf. Und danach überlegt sich das Spiel, äh, nö, ich schmier jetzt ab. Was ein bisschen Mist ist, aber damit konnten wir jetzt leider auf jeden Fall nicht das zweite Gratispaket öffnen. Weil jetzt gibt es auch keine Werbung mehr. Ich habe irgendwie schon vier Werbungen oder so geguckt, aber es hat einfach nie funktioniert. Ähm, ja, ob das jetzt Bluesdecks oder das Spiel an sich ist, weiß ich nicht. Und es ist trotzdem... Egal wo es ist, es ist nervig. Weil es ja jetzt nicht das erste Mal war. Aber gut. Gibt es halt jetzt leider erst mal kein zweites Paket. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir irgendwie halt ein zweites, damit wir noch die Aufgabe fertig kriegen. Das weiß ich selber noch, ne? So, du kannst erst einmal los. Dann haben wir ja, ähm, Fleischklops. Fleischklops, da kannst du auch erst mal wieder ganz normal weiter. So. Näher und gratis. Und genau, das haben wir. Gehen wir in den Season Pass. Schauen wir mal, was sich hier so einsammeln lässt. Ich meine, sonderlich viel wird es ja jetzt nicht sein. Beziehungsweise eh eine Aufgabe fehlt auf jeden Fall, falls es die heute gab. Wir haben auf jeden Fall die 1000 Bernstein zusammen. Das heißt, wir können gleich den Trade starten, was schon mal ganz gut ist. So. Ah, Verteidigerberg müssen wir machen. Benutze. Okay. Ja, ja. Kriegen wir die zwei Aufgaben fertig, die wir wollen. Na, das sieht ja schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Dann würde ich sagen, kann erst mal der Kollege wieder los. Und dann gehen wir hier in Verteidigerberg rein. Wir haben immer noch keinen neuen Spielsumlauf, was ein bisschen schade ist. Aber gut. Ey, warte, was? War gerade eine neue Animation für Welle 80 oder was? Lol. Noch nie aufgefallen. Äh, joa, wir starten hier mit denen und denen rein erst mal. Und nehmen dann nochmal hier den Kollegen. So, starten wir mal so rein. Da haben wir nämlich alle von ebenem Ort direkt. Und da können wir theoretisch heute noch einen zweiten Angriff machen. Müssen wir halt erst mal gucken. Also, ich würde sagen, wir starten mit denen hier rein. Weil die müssten eigentlich nah genug ranfliegen, dass sie nicht mehr erwischt werden. Gut, ich habe mich getäuscht. Dann tun sie es halt nicht. Dann machen wir helfen hier mal ein bisschen nach. Ich veräschle mich. Ich muss mir das unbedingt wieder merken. Ich verwechsel das in letzter Zeit dauernd, wer so nah ranfliegt und wer nicht. Weil da gab es immer die Regel halt, dass du die setzen kannst erst mal und die das erst mal holen, das Schiff. Nur schlecht, wenn man einen Fehler macht, dann stimmt das natürlich nicht. Aber gut, das lässt sich ja leicht lösen. So, der ist weg. Let's go. Wunderbar. Dann haben wir hier hinten noch so ein komisches Schiff, was niemand braucht. Und das kriegen wir aber jetzt noch nicht ganz weg. Dann müssen wir erst mal warten, bis das Schiff weg ist. Und der fliegt ran und holt das noch. Wobei, der wird das wahrscheinlich nicht mehr... Doch, der kriegt das noch vorher. Das heißt, wir... Ne, er kriegt es nicht vorher. Egal. Wir haben trotzdem gewonnen. Wunderbar. Und kriegen drei Schlüssel auch wunderschön. Let's go. Können wir wieder drei Kisten öffnen. Vielleicht kriegen wir wieder... Vielleicht kriegen wir sogar über 100 Runen. Das wäre auch geil. Schauen wir einfach mal. So. Welle 80 erledigt. Wir sammeln das, das und das ein. Wir kriegen gar keine Runen. Da wären 50 gewesen. Also, wie schaffe ich es eigentlich immer, dass ich die Runen vergesse? Oh, Leute. Ne. Jetzt ist es blöd. Jetzt ist Mist. Jetzt dauert es acht Stunden. Das ist schade. Okay. Na ja, gut. Dann können wir jetzt erstmal in den Meer angreifen. Das ist Mist. Aber wir haben auf jeden Fall heute wieder den... Also Welle 80 erledigt. Was ganz gut ist soweit erstmal. Kriegen hier sogar nochmal ein schönes Grubi am Paket. Und kriegen hier nochmal ein bisschen Fisch. Vielleicht können wir sogar gleich noch ein Season-Paket öffnen. Ah, hier haben wir nochmal... Ja, jetzt haben wir die Aufgabe auch noch fertig. Wunderbar. Und hier gibt es auch nochmal 30 Runen. Gut, ist jetzt leider nicht kein Season-Paket mehr für uns. Aber, na ja. Ähm, ansonsten können wir... Lass doch einfach mal heute was durchkommen. Wir haben 8.000 Euro. Können wir ein bisschen was ausgeben. Wir gehen... Erste Mall auf hier nix. Erkundungen könnten wir durchziehen. Reißen. Joa, Spießen läuft schwierig. Ich könnte die Erkundungen mit Unentsam durchziehen. Aber da müsste ich jetzt auch nochmal... Egal, let's go. Ich habe Bock heute mal irgendwas fertig zu kriegen. Oder wollen wir... Oh, nee. Das wird aber richtig teuer. Probieren, das fertig zu kriegen. Es fehlen noch 5. 5 fehlen noch. Was macht das Kostüm? Eiertasche, Reise, bla bla bla. Gegenstandstasche ist richtig. Eiertasche, Reise, Belohnungen in Erkundungszeit. Oder Kosten oder irgendwas. Gut. Das heißt, wir haben das beste Kostüm. 500 Runen kostet ja Spaß. Schauen wir mal, ob wir was bekommen. Au. Au, au, au. Wir bekommen einfach gar nichts. Ich würde sagen, ey, mal können wir nochmal. Dann können wir auf Season-Dinger gehen. Ja, da haben wir nochmal eins. Okay. Eins ist ja schon mal ein bisschen besser. Ähm. Dann will er, dass wir hier Stichler könnten wir suchen. Stichler wäre halt auch ganz witzig. Uh, da kriegen wir nochmal ordentlich Fisch oben drauf. Da können wir hier weiterfüttern. Das ist auch gut. Hier nochmal, Schleimball. Da gehst du ins Training. Dann hier nochmal. Wunderbar. Da kriegen wir die auch weiter. Das ist auch sehr schön. So. Nochmal ein bisschen Fischi-Happen. Weiter geht's. Und nochmal ordentlich Fischi-Happen. Da können wir gleich nochmal weiterfüttern. Dann bist du nämlich auf dem nächsten Level. Kannst prinzipiell auch ins Training. Nee, kannst du nehmen, weil das Training voll ist. Dann können wir hier nochmal füttern. Damit bist du auch auf dem nächsten Level. Let's go. Das ist Slit. Damit haben wir die ganzen Leute fürs Level hoch. Kriegen hier nochmal ein bisschen. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, weil ich glaube, die nächste könnte sogar schon die letzte für uns erst mal gewesen sein. Genau. Eine limitierte noch. Und dann haben wir es schon geschafft. Dann müssen wir das nämlich nicht mehr ausgeben. Also gehen wir. Ich kann eh kein Ei ausbrüten. Das heißt, ich probiere nur mit einer Tasche jetzt. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Du kriegst es nie. Wenn du es willst, kriegst du es nie. Aber wenn du es nie brauchst, dann kriegst du es reingedrückt. Na gut, Leute. Wir haben gerade Stichler neu freigeschalten. Auch gut. Ist ein neuer Trager für uns. Muss jetzt erstmal ausgebrütet werden. Schade. Also eigentlich war das jetzt nicht mein Ziel. Aber gut, dann ist es so. Nämlich dann geht es jetzt weiter mit schrecklichen Schrecken. So. Und dann. Freilassen. Das ist auch das Dreck dieses Blöde. Oh, ich bin so doof. Das ist aber direkt dieses Ei kriegen. Ja gut, es hat nur zwei Runen ins Minus sozusagen. So. Und schon wieder das Ei. Was ist denn hier los heute? Irgendwas stimmt hier nicht so risch. Reisemissionen. Reisemissionen. Ja gut, müssen wir Fahrt der Reise beschleunigen. Ansonsten würde ich sagen, hier verschiedene Drachen. Ja, schwierig auch erstmal. Na gut. Gehen wir aufs Kreuz. Dann kannst du nämlich erst nochmal hier weitersuchen. Dann können wir nämlich hier nochmal schön auf volle Taschen gehen. Haben wir heute schon mal zwei neue Teile und dann kriegt man die nächsten ohne. Dann kriegt man hier jetzt zwei wunderschöne Season-Belohnungen. Und können damit auf jeden Fall die nächsten drei, vier Belohnungen mitnehmen. Drei, ich glaube. Genau. Damit können wir auch heute wieder ein Season-Geschenk. Wir können sogar zwei Season-Geschenk-Pakete öffnen. Sehr schön. Noch ein Bernstein obendrauf. Let's go. Season-Geschenk-Paket Nummer eins. Wir haben ja gestern noch auf einem anderen Account gesehen, wie es aussehen kann. Genauso soll es hier heute auch aussehen. Nur, dass wir hier noch was Besseres kriegen. Äh, ne. Das sind erstmal Runen. Okay. 150 Runen. Joa. Und dann beim zweiten. Wie sieht es hier aus? Kriegen wir hier vielleicht was Besseres. Komm, hier. Nee, auch Runen. Also wir haben auf diesem Account so gefühlt kein... 125. Okay. Aber es reicht einfach. Es passt hier einfach irgendwie ne... Hast du ein Kostüm drinne? Sturmfall, geheime Welt. Was macht denn das Kostüm? Reisezeit verkürzt. Und hier, du hast keine Reisezeitverkürzung, oder? Nee, gut. Weil dann beschleunigen wir lieber mal hier oben, weil hier billiger. Und billiger ist immer besser. So, und dann einmal weiter. Let's go. Nachtschatten gratis. So, da haben wir Nummer 1 fertig. Dann geht es hier weiter. Da können wir... Ja, gut. Wir müssen... Ich weiß nicht, wie oft müssen wir ihn beschleunigen? Wir haben jetzt 25. Das heißt, prinzipiell sind das drei Reisen. Fast vier schon, eigentlich. Na gut, schauen wir mal. Kriegen wir auch irgendwie hin. Vielleicht kriegen wir hier auch noch das Gratnacherei. Das wäre vielleicht auch wieder ein Drache zum Aufsteigen lassen. Das wäre ganz geil. Nee, wir kriegen erst mal die Runen. Okay, gut. Joa, mit sechs Runen lässt sich hier jetzt nicht so viel anfangen. Gehst du erst mal wieder los. Dann beschleunigen wir wieder ein Stündchen. Dann gehst du hier gratis rein. Dann gehen wir hier wieder neu. Let's go. Kostet nur 15. Also wir kriegen... Verbrauchen 104 Runen sozusagen. Das ist ja jetzt nicht so schlecht. Das geht ja sogar. Das können wir auch auf Garantie mitnehmen. Vielleicht kriegen wir noch ein schönes Paket. So, einmal weiter. Dann R und gratis. Wieder. Und da haben wir schon wieder ein paar Pfade gewählt. Wir können ja gleich mal nachgucken. Wir müssen jetzt prinzipiell bei 28 sein, meiner Meinung nach. Ich bin mir aber ohne so 100% sicher. Da müssen wir gleich einfach mal schauen. So, hier nochmal 62. Let's go. Gut, dann wie sieht es jetzt hier aus? Genau, 28. Wunderbar. Das passt uns dann wunderbar in den Kram. Da kriegen wir nämlich gleich nochmal 200 Punkte. Mit 200 Punkten ist auf jeden Fall wieder was Kleines für uns, was man nutzen kann. So, das heißt, auch hier erstmal wieder weiter. Dann zickzack und gratis. Dann let's go. Einsammeln und dann können wir auch hier wieder erstmal normal weiter folgen und gratis. Dann geht es wieder los. So, und einmal am Glücksrad drehen. Dann sind wir schon bei 31. Gut, das heißt, wir müssen doch 4 reißen insgesamt. Also, wir müssen jetzt nochmal eine weitere machen. Komplett. Und dann müssen wir die andere anfangen und müssen da den ersten Pfad wählen. Und dann haben wir die Aufgabe geschafft. So, erstmal das einsammeln. Gibt nochmal ein bisschen Zahnräder. Gut, ob wir die jetzt brauchen, ist die eine Sache oder die andere. Ja. Jetzt müssen wir hier eben mal so reingehen. Weil es mal wieder nicht funktioniert. Ist ja für das Spiel nichts Neues, dass hier irgendwas nicht geht. So, einmal Pfad Nummer 1. Dann let's go weiter. Holz und gratis. Dann wieder beschleunigen. Und einmal weiter den Spuren folgen. Garantie. Ja, können wir mal mitnehmen. Wäre geil. Schauen wir mal. Und wir bekommen hoffentlich das Paket. Das wäre ganz angenehm. Hätte ich nichts dagegen. Würde ich gerne mitnehmen. Sieht schlecht aus. Ne, wir kriegen Bernstein. Na gut. Gibt's halt Bernstein. Ne, brauchen wir ja unbedingt. 62 vor allem. Gehst du wieder los. Und es fehlt noch eins. Genau. Und dann haben wir das. Sind knapp unter 5000 Runden. Das ist aber nicht schlimm. Jetzt haben wir hier nochmal einen. Haben wir nochmal 150 wunderbare Blätter. Und nochmal eine Belohnung. Und ansonsten kriegen wir jetzt erstmal nichts mehr so schnell fertig. Gibt nochmal eine Frucht der Weißen. Let's go. Aber da haben wir erstmal wieder ein bisschen Fortschritts. Da haben wir wieder ein bisschen aufgeholt erstmal. Weil wir in letzter Zeit doch ein bisschen, sag ich mal, hinterher waren. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Würde ich das hier nochmal alles einsammeln. Und dann würde ich sagen, wäre es das auch schon wieder mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Und ciao, ciao, Leute.